Ihr Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in Würzburg. Herzlich willkommen bei Dr. Dobre und seinem Team. Ihre individuellen Bedürfnisse stehen in unserer modernen Praxis im Vordergrund. Gerne nehmen wir uns ausreichend Zeit für Sie, um die passende Behandlung für Ihr Anliegen zu finden. Freuen Sie sich auf kurzfristige Termine ohne lange Wartezeiten und Behandlungen in angenehmer Atmosphäre. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen persönlichen Termin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017